Kommen Sie rein, junge Frau. Hängt schon im Ständer. So, 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 so. Also, Check-Up. Einer der wenigen Check-Upse. Die Bremse ist super. Oh, ist auch nicht zu checken, oder was? Ist auch gut. Ist gut, ja, okay. Ja, bitte? Die Kette sieht super aus. Ja, Moment. Nein. Nein, wie gut ist. Hast du mal Doku geholt? Muss ich. Ja. 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 Können wir doch machen. Ja. Ja. Ja, natürlich. Wie sieht das noch? Soll ich nicht wissen? Bin ich schon so alt? Wirklich schon so alt auf dich? Nein. Was ist hier los? Ob wir das gleich bei mir spielen können? Was ist mit der los? Klar, wie sieht das noch? So, was haben wir denn jetzt hier? Anouk hat alles gescheckt schon, hat sie gesagt? Ja. Alles in Ordnung? Äh, ja. Schon. So, dein nächstes Mal bitte. Wir haben nämlich eine wunderbare Checkliste, die hat eine ehemalige Praktikantin von mir verfasst. Ja, das war ihre Aufgabe bei mir. Ich habe ja ab und zu auch sogar tatsächlich auch schon Praktikanten und ich habe auch schon Lehrlinge hier gehabt und auch ausgebildet tatsächlich und mit Erfolg. Also wir haben schon tatsächlich, auch wenn ich offiziell kein Ausbildungsbetrieb bin, bin ich sehr stolz darauf, dass sogar die Lehrmeister von denen hierher kamen zu mir und mich belobigt haben für meine sehr gute Arbeit, die ich geleistet habe und somit sogar Problemfälle, äh, bei Problemfällen es geschafft habe, dass sie dann letztlich doch ihre Prüfungen gemacht haben, mit Erfolg abgelegt haben. Insofern ist das nicht ganz verkehrt, was ich hier mache, was ich unterrichte. Weifen Sie gut? Weifen Sie gut? Kannst ja noch gar nicht wissen. Also. Und eine Aufgabe war halt von deiner Praktikantin gestellt habe dann, sie sollte eine Checkliste erstellen, was man dann macht als Abschluss nach dem, genau, als Test, nachdem sie hier das Praktikum gemacht hat, sollte sie mir eine Checkliste mal anlegen und das hat sie sehr gut gemacht. Und das gehen wir jetzt mal durch zusammen. Du liest laut vor. Alles? Ja. Erstmal den Punkt 1 und wir arbeiten es dann synchron ab. Kette? Ja. Checkliste. Nummer 1. Kette. Verschleiß. Kette. Verschleiß. Kette. Also erstens, gut, wir sehen gleich, ist der Punkt 2 wahrscheinlich da? Spannung. 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 Genau. Wir sehen gleich, die Kette hängt hier, die Kette hängt hier ganz schön durch. Und wir sehen, die Kettenspannung stimmt schon mal nicht. Was ist das? Punkt 3. Da stehen ja drei Punkte bei der Kette. Eigentlich stehen da vier Punkte. Vier Punkte. Säuberung. Genau. Also. Punkt 1 war Kette auf Verschleiß prüfen. Dazu haben wir eine Verschleißlehre. Und Nummer 3 ist Felse oder Fettig oder sowas? Fetten. Fetten. Hab ich das Fetten? Das ist die Verschleißlehre. Uh. Mit der Verschleißlehre prüfen wir jetzt. Prüfen wir jetzt natürlich die Kette auf ihren Verschleiß. Sieht gar nicht oft genutzt aus. Naja, damit passiert ja auch nichts. Ach so. Du hältst jetzt die Verschleißlehre dort in die Ketten, zwischen die Ketten wieder rein. Und zwar. Damit? Hackst du erst den Teil ein. So. Und dann lässt du die Nase reinfallen. Und du guckst mal, wie weit die Nase reinfallen kann. Also einfach irgendwo? Von oben natürlich. Jetzt rein. Genau. Und? Geht nicht rein, ne? Ist das zu eng? Ja. Also ist sie noch schön eng. Ganz genau. Und wenn die Verschleißlehre nämlich nicht reinfällt. Sozusagen. Dann ist die Kette durch. Auch noch nicht zu tauschen. Erst wenn sie reinfällt. Wenn sie ganz lang ist. Dann passt die natürlich locker rein. Mach mal die andere Seite. Von der Verschleißlehre die andere Seite. Dann hast du mal zwei Seiten. Auch nicht. Wunderbar. Zicke. Einmal frei. Funktioniert. Kann man auch neben die Kette. Die Kette kann man auch neben. Die Kette hängt aber. Das wäre ja Punkt zwei. Kettenspannung. Und diese Kettenspannung müssen wir natürlich wieder herstellen. Wo soll das denn? Da. Die Kettenspannung herstellen, das machen wir wie folgt. Hier. Mit? Kettenspannung. Ne das ist doch so. Ich weiß nicht mehr wie das ist. Das ist ein Nippelspanner für die Speichen. Meine ich ja. Das kommt später. Also Kettenspannung. Wie spannt man hier die Kette Anouk? Weißt du es schon? Ja mit diesen Teilen. Na was muss man machen? Was muss man denn machen damit die Kette hier wieder straffer ist? Was muss man denn mit dem Hinterrad machen? Das Ausbauen. Nein. Nur nach hinten ziehen. Ein bisschen. Oh. Wenn man die Kette wieder spannen möchte, dann muss man das Hinterrad lösen und nach hinten ziehen. 15er. 15er Schlüssel. Ganz genau. Auf der Seite hier haben wir eine Schaltung dran. Das ist eine Dreigangs Dome Archer. Da müssen wir natürlich vorher, vorab, hier die Schaltung, das Schaltkettchen lösen. Zack. Und abziehen. Und dahinter befindet sich nämlich die Mutter, die wir wiederum lösen müssen. Mit dem 15er Maulschlüssel. Mit dem 15er Maulschlüssel. Ganz genau. Wir lösen. Oh, die ist locker. Sowieso. Und. Zack. Ich drücke ein bisschen rüber hier. Hier vorne. Und schraube wieder. Fest. Ich gucke schon mal. Also fettig. Muss man es fettig oder soll man gucken, ob es gefettig ist? Erstmal müssen wir das Hinterrad jetzt, nachdem wir die Kette gespannt haben. Einschrauben. So. Wieder gerade in den Rahmen stellen. So. Und fest die Schrauben. Und die Schrauben beide festziehen, weil sowieso beim Scheck prüft man eh alle Schrauben. Das kommt dann noch später. So. So. Das Schleiß haben wir geprüft. Spannung haben wir geprüft. Sauber machen. Okay. Da ist ein Haar. Da ist ein Haar. Haar in der Suppe. Da ist noch ein Haar. So. Finger weg. Und zum gar nicht durchs Laufrad fassen. Das geht nämlich nicht. Dazu nehmen wir jetzt erstmal eine Drahtbürste. Also die Kette ist nicht wirklich groß dreckig. Tatsächlich. Überhaupt nicht. Und auch nicht rostig. Gefällt sich wirklich an Grenzen hier. Also. Haben wir. Jetzt? Prüfen ob es fettig ist. Fetten. Das ist sie definitiv nicht. Die ist trocken. Okay nicht. Jetzt wird gefettet. Mit dem da. Mit dem im Eimer. Da. Nein mit dem da. Hä? Das so stimmt. Das ist für die. Das willst du das machen? Ja. Na einmal hochklümpeln. Beide. Ja. Ja. Du weißt ja. Ja. Du hältst es hier oben rein. Und drehst dann ganz vorsichtig an. Ja. Und drückst da rein. Ist offen ja. Was soll denn damit? Da muss noch was auf denn. Ja. Okay. Wir sind noch nicht fertig hier hinten. Deswegen. Na das. Äh hier oben. Da oben ja. Hä? Da kommt nichts. So. Achso. Halt mal fest mit einer. Halt mit der anderen. Dreh. Genau. Dreh. 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 Weiter. Na schön. Oben rauf auf die Kette. Weiter. Okay. Und jetzt drehen. 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 Da oben wieder hin. Da wo du rankommst. Genau. Nehmen wir einen kleinen Lappen. Versuch ruhig oben. Lass ruhig oben. Lass ruhig oben. Lass ruhig oben. Punkt zwei. Punkt drei. Was war noch? Das war schon. Das war Thema Kette. Luftdruck. Qualität der Reifen. Also der Luftdruck ist gut. Finde ich. Der ist ganz schön fest. Also als nächstes kommen Reifen. Luftdruck und Qualität der Reifen auf jeden Fall. Okay. Qualität sieht dünn aus. Da ist die Qualität noch in Ordnung. Wir sind zu spröde, rissig oder irgendwas. Hier ist ein Loch. Das ist vom Gießen. Wo der Reifen hergestellt wurde. Das sind jetzt so Abdrücke sozusagen. Ja, das in der Mitte natürlich nicht. Das ist mal eine Glas-Scherbe gewesen. Da guckt man halt einmal drüber. Dann machst du einmal so. So, und jetzt guckst du dir den Reifen an. Und wenn der irgendwo... Also ich kann dir schon sagen, der sieht eigentlich gut aus. Ja, ich halte aber ich dachte nur deswegen. Ich guck mir den hinteren Reifen an. Und auch hier sind keine großen Scherben. Erstens sieht man dabei gleich Scherben, ob welche drinstecken. Irgendwelche Steinchen, Scherben etc. Die muss man dann natürlich gleich mal rauspullen, bevor sie sich durcharbeiten durch den Reifen. Zweitens sieht man natürlich, ob der Reifen irgendwo aufgeplatzt ist. Ob er irgendwo Risse hat. Ja. Also wenn ich ein Mikroskop brauche, dann ist es kein Defekt. Aber das ist was. Ich sehe da nichts. Da ist doch was. Wohin? Was denn? Da passt du gerade drauf. Was denn? Na da. Na da ist gar nichts. Da ist was. Na nein. Anouk, bitte. Atomarforschung betreiben wir hier nicht. Kernphysik und Atomarforschung. Das ist alles super. Luftdruck ist super, können wir gar nicht sagen. Wir müssen dazu eine Pumpe anschließen. Also musst du dich mal bemühen, diese Pumpe, die dort ist, einfach mal anzuschließen und einmal zu pumpen. Oh Gott, ich habe Angst aus dem Platz. Nein. Luftdruck kann man so überhaupt nicht sagen, ob der gut ist. Was brauchen die an Luftdruck? Die Reifen? Weißt du das? Ähm, 2,5. Weil das ist ja der Ultrasport. Oh. Der hat einen maximalen Luftdruck von 8 Bar. Okay, das kann ich machen. Hast du aufgemacht schon? Ja, hier ist offen. Das Ventil offen? Ja, das ist doch. Aufdrehen. Ach so. Helfer. Puh, das stimmt ganz schön. Wo sind wir? Drück mal einmal. Das ist nicht. Das ist nicht mal ich. Das ist ja gemein. Also wir stehen bei 3,8 Bar. 3,8 zu 8 Bar ist ein bisschen wenig, ne? Hä? Aber das ist schon richtig fest. Also machen wir doch einfach mal. 4? 6. Okay. Das ging nicht schnell. Zudrehen. Und Käppchen rauf. Käppchen? Da war keins vorher. Da war keins? Dann mach ein Käppchen rauf. Da hinten in der Kiste sind bestimmt welche. Das gehört natürlich auch dazu. Das gehört natürlich auch dazu. Ein bisschen Service. Das müssen wir auch machen. So. Ihr schaut mal von dazu. Das ist noch ein Käppchen. Das ist noch ein rotes Käppchen. Nein, das geht natürlich nicht. Das ist für Autoventil. Wir brauchen ein Käppchen für französisches Ventil. Zwei Käppchen, seit hier hinten ist nämlich auch kein Käppchen drauf. Segel gerade. Ich prüfe jetzt hinten die Luftdruck. Ah hier eins. Sogar mit Ventilen. Glaube ich das ist. Das ist ein Fahrradventil. Auch kein französisches Ventil. Dünnes, langes Käppchen. Hier sind wir bei 4 Bar. Dünn lang. Okay. Okay. So. Schon geht das Autoventil. Haben wir. Luftdruckqualität der Reifen ist gescheckt. Ja wunderbar. Nummer eins haben wir. Eins haben wir schon mal. Nummer zwei. So. Weiter. Nächste Aufgabe. Äh. Okay. Reiten haben wir. Lagerspiel. Lagerspiel. Ja ganz wichtig. Wenn die Räder wackeln. Vorderrad hinterm. Hier wackelt überhaupt nichts. Wackelt das Vorderrad irgendwo. Die den ich einfach wo. Guck mal so. Nimmst den Rahmen fest. Hört ihr die Gabel. Und wackelt es hier so hin und her. Wenn es wackelt. Also so. So. So dann. Es scheint fest. Ja. Und hier ist sogar ein Problem. Das ist zu fest. Ne? Hier. Das rollt gar nicht richtig frei. Also es rollt ein bisschen. Und dann. Klautsch. Bremst es ziemlich schnell. Um dem entgegen zu wirken. Kann man dann einen Konusschlüssel nehmen. Und ein bisschen den Konuss öffnen. So dick sind die. Achso das sind mehrere. Achtung. Weil darüber hat er sich nämlich auch beschwert der Kunde. Das ist ein R. Ja. Felge. V. S. Brems. Beleg. Sparlegung. Beleg. 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 So. Ich habe minimal gedreht. Und es rollt schon nicht besser. Achtung. Kontern. Aufkontern. Ja. So gut kriegen wir das hier nicht hin. Aber das ist schon besser. Das ist schon wesentlich besser. Okay. Wie viele sind es 12 Kings? Und meine Nummer 4. Perfekt. So. Das rollt wieder. Also. Wenn die Konen dann fest genug sind. Beziehungsweise locker genug. Zu fest dürfen. Soll eben auch nicht sein. Dann ist die Aufgabe erfüllt. Dann brauchen wir jetzt. Was ist? Felge. VMS. Bremsbelag. Felge versus Bremsbelag. Also Bremsbelige prüfen. Bremsbelige prüfen. Machen wir eine Sichtprüfung. Wir schauen. Ob noch genügend Bremsbelag drauf ist. Ja. Da guckt man von oben auf die Bremse. Und dann sieht man diese Riefen. Siehst du die? Ja. Sind die auf der anderen Seite auch vorhanden? Ja. Aber die sind etwas nah. Die sind etwas nah. Darum kümmern wir uns denn. Nein. Die kommen aber gleichzeitig an und schleifen nicht. Das ist in Ordnung. Hier hinten sieht es aber anders aus. Hier hinten stimmt was nicht. Da müssen wir nochmal nach. Korrigieren. Da ist nämlich das Rad. Zwar unten mittig im Rahmen. Aber hier oben ist es nicht mittig im Rahmen. Auf 10er im Bus. 15er habe ich hier. Ich meine für den Bremsen. Ich meine für den Bremsen. Ich bin ein Spiller. Was ist denn noch mal hier aufhören? Felge. Was ist die Felge? Achso. Sieht gut aus. So. Das rollt gut. Das rollt gut. Das sitzt gut. Das ist klar. Das ist klar. Okay. Felge sieht gut aus. Hm. Das muss man denn bei der Felge da sehen eigentlich. Mal da beobachten. Das sie gerade läuft auch. Zum Bremsbelag hin. Und das solche unten. Guck mal da. Siehst du? Den Abstand, wie er mal kleiner wird. Mal größer. Mhm. Ist das schlecht? Das heißt, du hast eine ganz kleine Acht drin. Jetzt brauchen wir diesen Schlüssel. Na, ich bin klug, oder? Ich gucke mal bei dem. Er hat auch eine Acht drin. Habe ich schon gesehen. Ja, okay. Stimmt. Ich liebe das. Es geht hier nicht um Perfektion, aber schon wesentlich besser. Aber es geht natürlich darum, dass es ordentlich läuft. ich genieße mir weiter значит als ob promised. Boah! 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 Warte! Boah! Boah! Vielen Dank. ok also minimal acht ist drin gewesen also das ist wirklich nichts so was ist der nächste punkt auf der liste bremsbergbelag und felge jetzt kommt brenzzug und schaltung brenzzug und schaltung das ist die schaltung also hier hat das zum beispiel null spiel das muss weg also das funktioniert nicht da muss man hier ein bisschen spannen und will das abholen perfekt natürlich wenn wir hier sehen dass hier vorne so viel dreck sehen dass hier vorne mega viel dreck dann ist aber natürlich ja man muss es nicht machen aber ab und zu sollte man schon mal den dreck auch entfernen ansonsten kommt der schmierstoff die meine aufbrennen natürlich nur wohin schaltzug ich will dir noch kurz was sagen der hat schaltzug check doppelt geschrieben da eine und da eine bremszug schaltzug ist eine andere sache bremszug schaltzug heiße schaltung checken das ist dann das was ich jetzt alles mit einmal mache ja die sind zweimal drin also einmal guckst du dir an den bremszug und den schaltzug wie er aussieht dazu zählt ob der bremszug irgendwo gerissen ist angerissen ist etc ob man hier im hebel irgendwo sieht dass er gerissen ist oder ob man hier an der bremse irgendwo sieht dass er gerissen ist der gleiche gilt für den schaltzug sieht der schaltzug die schaltzughülle einwandfrei aus hat sie irgendwo ist sie geknickt ist sie irgendwo kaputt das muss man halt checken darum geht es deswegen bremszug schaltzug und dann gibt es nochmal den brems den bremsen check natürlich den mag ich sowieso nebenbei also die reihenfolge wie sie es aufgeschrieben hat ist natürlich viele sachen macht man ja nebenbei gleich mit und sind damit erledigt ja aber wenn du jetzt überlegst was hast du alles gemacht und du schreibst es nieder dann schreibst du es ja anders auf weil hinterher fällt ja noch ein ja natürlich habe ich auch die bremsen dann gescheckt also schreibst du das zum schluss auf obwohl es nicht zum schluss gemacht hast dennoch wenn man den bremszug gescheckt hat ob er im takt ist checkt man natürlich ob er gleichzeitig ob er leicht läuft und gut bremst damit steckt man gleich den bremsbelag da steckt man gleich die bremse checkt ob alle alle ob sozusagen fest genug gezogen ist und beim schaltzug das gleiche man checkt natürlich den schaltzug sowohl auch die schaltfunktion als solche also gleich hier lässt du gleich dass jetzt ein anderer gang ist und da auch wunderbar klappt perfekt nächste das haben wir sogar gemacht schon das festen sitz den haben wir gemacht weil wir die mutter festgeschraubt haben hinten schon den geraden lauf haben wir gerade ja geprüft als wir die bremse schon am wickel hatten ich mache jetzt den festen sitz erst mal arbeite punkt für punkt ab nämlich die festen sitz vom vorderrad wir müssen natürlich prüfen indem wir einmal den sattel so klingeln das ist so check so einfach wie klingt ständer prüfen machen wir dann am ende machen wir dann erst mal guckst du ob er so ob er zum beispiel ständer ist wichtig beim ständer steckt auch das sind einfache sachen aber die sind essentiell klingeln muss funktionieren in berlin das ist fakt die darf nicht locker sein und sie muss klingen beim ständer ist es ganz wichtig dass der ständer wenn du hochklappst auch genug spannung hat dass er oben bleibt und nicht gleich wieder runter fällt oder so zum beispiel das wäre der ständer steckt und natürlich die höhe vom ständer und die höhe vom ständer ob die richtig eingestellt ist man natürlich nur raus wenn man das nimmt abstellt denn runter und dann natürlich das hinstellt und guckt ob er sicher steht steht sicher ständer hoch und wieder rein das war der ständer steckt kann man abhaken so ist es gemacht natürlich überprüft man in dem zugleich sind alles was locker ist kann irgendwann sich lösen und auch klappern einfach nerven so nächsten punkt war trittlager spiel prüfen das trittlager befindet sich hier verbindet die linke und die rechte kurbel miteinander und sorgt für eine reibungslosen im idealfall reibungslosen drehen für eine reibungslose drehbewegung im antrieb ganz genau da drin sind ganz kleine kugeln das viele kugeln die arbeiten ganz ordentlich miteinander aber nur wenn es eben hier kein spiel hier gibt es kein spiel aber hier gibt es kein spiel wir haben aufgeschrieben wir haben gescheckt war gleichen atemzug prüfen wir ist wahrscheinlich der nächste punkt natürlich auch dass die kette die kugeln auf ihren festen sitzt am trittlager und da ist ein bisschen spiel siehst du fest alles wieder schön fest schauen was ist der nächste punkt auf der pedalspiel pedalspiel genau pedalspiel prüfen gucken hier ob die noch fest sind und ob die sich drehen ohne dass die kugeln knarzen denn auch in pedalen finden sich kugeln die sich permanent drehen mit jeder umdrehung arbeiten diese kugeln und die sind dann irgendwann durch und da muss man sagen tauschen aber das ist noch okay das sind keine teuren pedalen hier also man hat schon spiel aber wenn man da jetzt anfängt und versuchten satz pedalen auf dem programm von velvo zu finden die eine null toleranz haben also überhaupt kein spiel dann sucht man da sehr lange und sehr vergibens weil meistens sind sie schon wenn sie neu sind haben sie schon dieses spiel dieses minimale spiel hier also gehen noch mal da muss man dann auch so sein muss sagen okay da kannst du schon noch mal fahren überprüfen wir in einem halben jahr wieder und dann ist gut wir prüfen jetzt noch die pedalen fest in den in den kurbeln sitzen in der ketten oder garnitur das tun sie wie gesagt lagerspiel ist nicht das lager ist auch nirgendwo ausgedreht kann man sehen die lagerschalen wenn die sich von selber raus drehen das kann auch mal passieren bei älteren rahmen tun sie nicht haben sie nicht getan ist alles super gleich wieder wenn ein lappen immer dabei habt das ist immer gut direkt weg putzen es gibt doch jeder lohnt sich gar nicht die sind so schrottig schon aber bei so schönen rädern die noch so einigermaßen sind und bei so relativ neuen sowie diesen hier das ist schon schade wenn ich so verkumpfen ich gerade die bremsen wenn die sich hier oben zu setzen an den federn oder so mit so viel dreck das schadet der feder die federn sind aus nicht sehr gutem material bei den neuen bremsanlagen die sind aus sehr günstigen material wenn die dann permanent dreck ablagerung oben drauf haben dann bildet sich relativ schnell rost und der schwächt die federn dadurch funktionieren dann meist die bremsen nicht mehr irgendwann brechen die federn gibt ein tropfen rost gebe ich hier aufs gelenk von der bremse da macht ja eine sagen um gottes will der nächste sagt ja das ist gut ab und zu mal tropfen darauf ist überhaupt keine schande manche legen ihre ganzen räder komplett in wd 40 ein findet finde ich viel schlimmer das muss man nicht machen das wd 40 ist zum putzen gut brunox schmiert sogar ein bisschen dadurch laufen die bremsen dann auch leichter jetzt muss man hier schon wieder korrigieren die fehler ein bisschen gekommen was ist der nächste punkt auf deiner liste also trittlager haben wir ja lichtanlage lichtlauf des dynamos nein leichtlauf also wenn man ein rad hat mit dynamo gehört natürlich zu jedem check dazu meine güte wenn man ein rad hat mit dynamo beleuchtung ist mit beleuchtung dann gehört das natürlich zu jedem check dazu dass man die dynamo leuchtung auch durch check hier ist nichts dran deswegen kann ich das jetzt nicht zeigen aber ihr wisst selber wie man dynamo steckt genau anmachen und so weiter ganz wichtig schauen ob die dynamo kappe oben also diese laufrolle die auf den gummi trifft dass die noch intakt ist dass sie keine ecken und kanten drin hat ja und dass sie sich leicht dreht und gleichmäßig dreht und dass der dynamo nicht laut ist also wenn er so richtig laut ist und rasselt das haben auch manche dann ist das nicht gut dann schlägt nämlich die welle in drin und dieses schlagen von der welle macht auch den reifen kaputt und genauso macht auch eben eine defekte laufrolle oben dynamo kappe macht auch den reifen kaputt deswegen achtet darauf dass die in ordnung sind dass die dynamo leicht laufen bei namen dynamo achtet darauf dass die stecker gut angeschlossen sind die kontakte richtig sitzen können wir alles noch mal machen mit einem anderen fahrrad mit mit einer beleuchtung kommt alles nochmals und er sagt kommt immer wieder immer wieder und immer wieder und immer wieder hier ist ja eben alles wiederholung 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 nächster punkt kontakte genau das sind die kontakte zu beiden dynamo beim licht natürlich stimmen die sind die oxidiert sind die nicht oxidiert sind die isoliert ja auch ganz wichtig hängen sind die kabelschuhe noch fest dran also wenn man so stecker hat sind die fest dran haben die irgendwo sind die kabel irgendwo brüchig das alles überprüfen nächster punkt auch die haben wir hier nicht wir haben hier nur so batterie licht das möchte der kollege aber nicht mehr haben also der hat sich eine andere set geholt oder holt sich noch ein anderes und natürlich dementsprechend sind die glühbirnen in ordnung falls also irgendwas nicht funktioniert und der dynamo ist in ordnung der läuft leicht der macht strom etc also man kann eine vergleichsglühbirne sozusagen eine testglühbirne anhalten an die dynamo jetzt sieht dann so aus hier also so alte system habe ich hier hält man den dynamo und dann sieht man ja wenn die dann leuchtet ist der dynamo okay dann kann man weiter so um bei den kabeln sind die kabelbrüche ich tausche man die kabel aus dann geht man weiter zu den lampen sind die lampen sind die glühbirnen in ordnung muss man die glühbirnen tauschen also ist ja alles eine sache die macht man hintereinander weg aber man darf nicht ein teil auslassen ansonsten dreht man sich da im kreis weiter schutzbleche auch was wir hier an diesem wunderschönen rad gar nicht haben schutzbleche das schlimmste was passieren kann schutzblech schraube ist locker und schutzblech klappert die ganze zeit um einen rum das ist ein albtraum für mich sobald sich irgendeine schraube löst meist hier unten an der strebe nachschrauben nachschrauben kontern lockt rein weiß weiß ich irgendwie macht das ding fest nicht mit ach da ist schon die schraube raus warten wir bis noch einer rausfällt und dann mal irgendwann vielleicht mal ein kabelbinder ran oder gaffer oder eine schnur oder draht was wir alles schon erlebt haben mit was festgemacht wurde teilweise mit 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 was waren wir mit so einem wie so ein schal so tuch das ist ein seidentuch in erinnahmen hat dann einfach festgebunden ja dann klappt es nicht mehr so ist aber keine lösung ja und ist ja auch wenig platz da unten da kann man nicht alles mögliche reinknoten es ist ganz einfach nicht eine schraube die sind dafür gedacht die machen eine super verbindung so schraubverbindungen sind echt toll und dann mit meiner entweder mit einer selbst sichern der mutter von hinten wenn genug platz ist kontern oder eben mit lockt direkt in den rahmen reinschrauben wenn ganz wenig platz ist dann hat man ja keine chance um zu kontern von hinten dann nimmt da alt blockteilt also schrauben fest wie ist der punkt also grundsätzlich gilt es das muss man auch nicht nicht sagen alle schraubverbindungen sind zu prüfen steuersatz et cetera also wird war jetzt dieser kleine schick sozusagen alles was locker ist am rad muss sowieso gemacht werden wenn der steuersatz locker ist fängt er vorne an zu klappern das kann lebensgefährlich sein das muss man überprüfen also da nehmen wir uns eine 32er schlüssel und einen 30er 32er schlüssel oben er unten bei dem steuersatz wir oftmals ist es ein 32er unten und hier diese obere konterschraube manchmal auch 36er so bei den 1 zöllern den schrauben wir so lange die untere lagerschale schrauben wir so lange fest wie sie sich noch leicht drehen lässt wie sich das gesamte vorderrad oder die gabel noch leicht im rahmen drehen lässt ohne schleif schleif ohne dass man was merkt dass was schleift und dann schraubt man die obere den oberen konter gegen die untere lagerschale dagegen kontert sozusagen das ist so ein bisschen so präzisions so wie soll man sagen jetzt wie so ein gefühlssache jetzt wird es gut aber es darf auch kein spiel haben weil da hat er sich der kollege nämlich beschwert darüber dass hier vorne irgendwas locker sei und das war halt hier der steuersatz deswegen muss mein steuersatz überprüfen immer und wenn die gabel wackelt dann nicht hatte mich mit hier oben mit hier oben mit der schraube zu tun so zu sagen mit dem voraus sondern immer mit dem steuersatz hier steuersatz einstellen hier unten wenn die gabel im rahmen wackelt sind das die beiden schraubung wenn man den lenker in der höhe verstellen möchte also spricht den vorbau mit dem lenker dann ist es hier um diese verschraubung die sich hier unter dieser optikkappe befindet wenn man den lenker in der neigung verstellen möchte bei einem der winkel vom lenker et cetera nicht zusagt dann ist es hier unten diese verschraubung hier unten da muss man daran gehen da öffnen dann festschrauben wieder festschrauben wir schrauben im moment nur fest weil wir müssen prüfen ob alles verschraubung fest sind dass hier ist ein 6er in bus das ist super fest meine güte den hier unten haben wir schon festgeschraubt hier oben nochmal nachschrauben der schaltgriff war ein bisschen locker den habe ich vor nachgeschraubt schon dann habe ich schon das ist mir gleich sofort aufgefallen ist ja auch das problem bei jemanden der so schon wenn man so und so viel erfahrung hat dann ist man so ein rad lässt es einmal fallen und weiß sofort wo eine schraube locker ist oder so und hier habe ich einmal angefasst habe ich gesagt oh gott der fällt der ab und habe das gleich festgeschraubt also hier auch immer darauf achten bei diesen daumenschalthebeln von stormy archer habe ich schon öfter gehabt dass die sich nach einer ganzen weile hier oben die verschraubung löst einfach nochmal nachziehen nachkontern dann ist es wieder fest was man dann auch noch überprüfen sollte bei älteren rädern ob die griffe fest sitzen oder ob sie sich leicht runter ziehen lassen wenn sie sich runter ziehen lassen geben sie runter macht mit waschbenzin die beiden lenker enden sauber und macht neue griffe drauf weil alte griffe die kriegt ihr nicht mehr fest auch nicht mit klebeband runter etc oder irgendwas funktioniert nicht mehr alte gummigriffe und kosten ja auch nicht die welt macht ihr einfach fest schaut dass die bremshebel fest sind das prüfen wir auch noch mal 5 mm inbus denn alle super fest da sehr knackt noch mal drehen nächstes mal beim checken ist der bremshebel ab so hat jetzt noch zu sagen wir sind fertig mit diesem rad an diesem rad ist ja nicht viel dran zu machen weil es ist natürlich ein rennrad singlespeed rad an diesen rädern ist nicht viel dran man kann nicht viel machen aber es ist geschickt die schaltung ist eingestellt die laufräder sind zentriert die bremsen sind eingestellt die kette ist gefährdet beständer funktioniert licht ist immer noch keins dran wir prüfen gleich noch ob der sattel fest ist wenn das ding unten ist ja weil es ist auch wichtig und unterliefer schraubung hier vom satten mal zu prüfen und dann sind wir durch dann sind wir fertig für heute und ich danke anuch für die assistenz ja das hast du sehr gut gemacht einmal hier fest das ist aber nicht so dramatisch wie wenn es hier unten lose geht auch fest jetzt haben wir folgendes wir haben einen stahlrahmen wir haben eine aluminium stütze und dann bringt man ganz keck und erlauben wir einfach mal das aufzuschrauben ja und da sieht man sehr schön die beginnende verschmelzung der beiden materialien das ist aluminium aluminium ist ein metall das ist stahl das ist ein anderes metall beide metalle zusammen reagieren sehr harmonisch miteinander die wollen sich wenn sie sich einfach verbunden haben nie mehr trennen das passiert in diesem bereich dann hier unten bis hierhin war es drin man hat keine chance mehr wenn sich das mal miteinander festgefressen hat stahl und alub hat man keine chance mehr das zu lösen auf einfache art und weise dem beugen wir jetzt vor das ist ganz gut dass wir das jetzt gesehen haben beim check das wird weg poliert wenn wir weg poliert haben nehmen wir ein bisschen fett streichen es ein das blüht dann darunter fängt schon an auf zu blühen die farbe ändert sich auch das material ist die farbe vom material hier und ist auch ganz stumpf wenn du hier guckst ganz poliert und da ganz stumpf so also wir haben sauber gemacht jetzt sind wir fett ganz normal fett reiben das hier unten ein schön mit fett wenn man das rad nur alleine fährt ist ja alles in ordnung aber irgendwie nach fünf sechs jahren will dann doch die freundin damit mal fahren kurz oder so oder man möchte es verkaufen nach fünf sechs jahren und inseriert ist so wie mir dann passiert das vor und herzen weiter inseriert zu verkaufen und was ist passiert die sattelstütze ließ sich nicht mehr bewegen jetzt ist fett drauf jetzt kann das ganze wieder rein fertig und für die nächsten jahre ist da ruhe kann man beim nächsten check hier gerne mal wiederholen damit sind wir durch ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit und hoffe es hat euch gefallen und wir werden uns im nächsten video wieder sehen also jetzt noch mal zusammen auf wiedersehen alles gut macht das gut bis dann sagte tommy